Diese Woche wird es nochmal spannend rund ums Thema Bitcoin und Co., denn wir haben den Mornflick-Close vor uns. Und durch den aktuellen Weekly-Close haben wir sehr interessante Indizien, wie sich der Kurs weiter bewegen kann. Aber man darf eins nicht vergessen, in unserer kleinen Krypto-Bubble sind wir noch ein bisschen geschützt, denn rund um uns herum geht natürlich die Wirtschaft weiter von dannen und da sehen wir gerade sehr, sehr schwierige Zeiten vor uns. Warum es genau geht, worauf wir achten müssen, das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt also dran, hau auf den Like-Button. Wir sehen uns nach dem Intro. Als erstes möchte ich jedem einzelnen von diesen 26'000 und zwei Abonnenten von tiefster Seele und tiefstem Herzen vielen lieben Dank sagen. Ich bin sehr überrascht, denn vor knapp vier Tagen hatten wir noch die 25'000 Abonnenten. Ich bin mega verblüfft. Ich danke jedem Einzelnen dafür. Es ist für mich eine Riesenwertschätzung als kleiner Schweizer YouTuber, doch hier 26'000 Zuschauer oder besser gesagt Abonnenten zu haben. Das erfreut natürlich mein tiefstes Herz. Ihr merkt vielleicht meine Stimme so ein bisschen tief. Das liegt ein bisschen an den Schmerztabletten. Ihr seht vielleicht auch die Beulen hier, komplett alles geschwollen. Es tut weh wie die Sau, aber ich ziehe es durch, damit ihr on top informiert seid. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. So, ja, der Fear & Greed Index aktuell 39 Punkten. Ein bisschen in leichte Erholung zu den Vortagen, aber die Gefahr liegt noch ein bisschen in den Büschen. Denn wenn wir unsere kleine Kryptoblase ein bisschen beobachten, sehen wir, ja, da das eine oder andere Seitwärtskonsolidierung, sieht nach Ruhephase aus, da möchte ich euch schon mal einen kleinen Warnfinger nach oben geben, denn es wird tatsächlich noch mal ein bisschen gefährlich. Ja, und zwischen den Zeilen. Viele haben gesagt, ja, aber die haben ja alles gesagt, was wir schon wissen, da kommt ja nichts Neues. Ja, Moment. Da habt ihr natürlich nicht ganz unrecht. Das Problem aber liegt wo ganz anders. Denn, ja, ihr wisst ja, in Jackson Hole treffen sich da die grossen Banken, die reden ein bisschen, pläudern ein bisschen, haben ein bisschen Spass zusammen. Aber, ja, im primären Sinn geht es darum, wie welche Aussage noch mal getroffen wird. Meiner Meinung nach manchmal ein bisschen, sorry für den Ausdruck, Penisvergleich auf Länderebene jetzt nicht sexistisch gedacht. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin kein Fan von der Lagarde, insbesondere seit diesem Zeitpunkt, wo sie nicht mal erklären konnte, wie eine Inflation funktioniert. Und, ja, Jerome Powell ist eine Spielfigur der Politik, wird auch nicht ganz so einfach. Und sie haben natürlich jetzt ganz klar gesagt, ja, uns interessiert, also ich bringe es mal in einem abgeflachten Fazit, egal wer jetzt noch drauf geht, wir haben ein Ziel und dieses Ziel wollen wir erreichen. So, EZB, Bank of England, genauso wie Jerome Powell. Das grosse Problem hierbei ist aber, dass man hier vieles nicht bedenkt. Und ich weiss nicht, ob die Lagarde das auch versteht. Denn in Europa ist Deutschland doch ein sehr, sehr wichtiger Staat. Ja, ich meine, der macht ein riesen Handelsvolumen. Und wenn Deutschland scheitert, dann spüren das jede Länder nebenbei auch, insbesondere auch die Schweiz. Deutschland ist unser grösster Handelspartner. Jetzt ist es aber so, dass im Endeffekt die Amerikaner tatsächlich hieraus ein bisschen profitabel herauskommen können. Fakt ist, dass wir das nicht mit eins zu eins vergleichen können. Denn während ein Amerika ein extrem starkes Bruttoinlandprodukt führt, ist Deutschlands gemessene Bruttoinlandprodukte teilweise oder nicht teilweise sehr stark auf Investitionen ausgelegt. Und die Investitionen fehlen natürlich, weil man aktuell keine Kredite nehmen kann, weil die Zinsen viel zu hoch sind. Audi, BMW, Mercedes, die haben schon angeklopft beim Staat. Da haben sie gesagt, wir brauchen ein bisschen Taschengeld, wir überleben das nicht. Sie sind zu den einzelnen Lieferanten hingegangen und haben gesagt, hey, wir brauchen bessere Preise, ansonsten werden wir unsere Werke ins Ausland manövrieren, wir werden das und jenes tun und so weiter. Die sind dann nachgegangen, haben auf ihren Marsch verzichtet und sind ihnen entgegengekommen. Nicht, dass das Auto günstiger wird, sondern dass es nicht mehr teurer wird. Das darf man nicht vergessen. Fakt ist, dass der Export, der deutsche Export massiv eingebrochen ist in diesem Segment, weil China gesagt hat, Moment mal, wir wollen das alles nicht mehr. Wieso sollen wir das tun? Wir fördern uns, ja, das Regime, ganz klar, wir fördern unsere eigenen Marken. Kauf eigene Marken, da bist du besser dran, kriegst du noch Unterstützungsgelder und so weiter und so fort. Da ist ein bisschen, ja, die Kacke am Dampfen, auf gut Deutsch gesagt, wenn man dann nämlich wieder widerspiegelt, wie viele Immobilienpläsen aktuell gerade drohen zu platzen. Wenn man China anschaut, da fängt es ja schon an. Deutschland, einige Projektunternehmungsleitungen, die gerade kurz vor der Insolvenz sind. In den Staaten haben wir 16 Billionen, die einfach mal kurz vor sind, zu platzen, wenn die Zinsen noch weiter hoch gehen. Die Menschen stehen am Limit. Auch ein Austausch mit meinem Schwager, der ein eigenes Unternehmen hat, im Luxussegment, im Immobilienbereich, sagt ebenfalls, es gibt immer mehr Menschen, die das Wasser hier in der Schweiz nach oben kommen, insbesondere auch die, die im Saarhorn drin sind. Und es wird eng, wird eng. Ob es viele schaffen, durchzukommen, das werden wir natürlich sehen, ist und bleibt für uns natürlich sehr, sehr gefährlich. Wenn man aber aktuell die Stimmung anschaut nach Fetwatch, dann gehen über 80 Prozent davon aus, wir werden keine Zinserührung sehen, ein ganz kleiner, minimaler Teil, eine Zinssenkung. Da kann ich euch schon mal sagen, das wird nicht kommen. Das wird, wenn, dann, hier Ende Q1, Anfang Q2 sehe ich eine Möglichkeit, dass da was kommen kann. Da ist es aber auch jetzt noch ein bisschen zu früh, um hier eine Aussage zu treffen. Aber für uns natürlich wirtschaftlich gesehen relativ schwierig. Wenn man das jetzt ein bisschen reflektiert. Ja okay, auch August und September sind immer schlechte Monate. Insbesondere der Kryptomarkt. Im Oktober kommt in der Regel neues Geld rein. Und da müssen wir jetzt richtig aufpassen. Wir wissen, das Halving steht uns bevor. Keine Frage. Aber wir hatten noch nie so einen Zyklus wie jetzt. Auch wenn viele YouTuber aktuell immer noch kommen und sagen, ja, oder Bitcoin-Maximalisten bringen das oftmals. Dieser Zyklus ist der gleiche, wie es damals war. Nein, denn die Wirtschaft entscheidet. Nicht wir Kleinanleger entscheiden über den Preis von Bitcoin, sondern sie sind Market Maker. Das muss man erst mal verstehen. Und die Market Maker, die werden dementsprechend investieren oder eben nicht investieren. Je nach Lage der Situation. Und man darf nicht vergessen, Krypto ist und bleibt ein richtiges High-Risk-Asset. Und da darf man sich auch nichts verblenden lassen und denken, ja, das ist jetzt einfach mal schön. Klar ist Bitcoin immer noch von allem die sicherste Anlage. Aber nichtsdestotrotz muss man vorsichtig sein. Wollen viele nicht verstehen, verstehen auch viele nicht. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Jetzt wissen wir seit Freitag, glaube ich, dass Robinhood über 4,3 Milliarden in Bitcoin investiert ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie sind eine der grösseren Wahlen von Doge. Zwei Spekulationen. Man weiss, Robinhood spekuliert sehr gerne und das ist jetzt auch nicht ein Langfrist-Investment, sondern die werden diejenigen sein, die dann auch auscashen. Wenn der ETF kommt, dann wird Bitcoin ausgecashed. Wenn X, Twitter, wie auch immer, Doge als Zahlungsmittel akzeptieren würde, dann cashen die aus. Sobald es nach oben springt, wird ausgecashed und dann wird Kohle gemacht. Und wenn man das aktuelle Volumen jetzt anschaut, das ist leider nur von den Dexes, nicht Bitcoin, dann sieht man, wie wir schon von 2022 zum aktuellen August rüberschauen, wir sind auf einem minimalen Niveau, auf einem richtig minimalen Niveau. Also da kann einer husten und da fällen zwei, drei Bäume herum. Und das darf man nun einfach mal nicht unterschätzen. Das ist so wichtig. Auch hier, da fehlt das Binance-Volumen. Da kann man dann vielleicht noch mal so gut zwei Drittel dazunehmen. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch. Schaut in den aktuellen Monaten auf einem maximalen tiefen Niveau, wie wir es schon lange nicht mehr hatten. Wir hatten uns Anfang Jahr mal, da war mal so ein bisschen was, aber das hier ist wirklich eine pure Katastrophe. Ja, und das muss man sich immer wieder ein bisschen im Kopf führen. Und aus diesem Grund ist es auch eine sehr gute Herleitung. Nämlich für uns, das würde ich sagen, wir gehen mal in den Chart hinein und schauen uns da als erst den Weekly Chart an. Denn der Weekly Chart im logarithmischen Chart zeigt uns aktuell ganz klar auf. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe euch gesagt, diese rote Linie ist so entscheidend. Kommen wir drüber, bouncen wir drüber, dann wird es richtig bullish. Wenn nicht, dann werden wir abgelehnt. Aktuell werden wir abgelehnt. Wir sehen uns hier im Weekly so auf einem möglichen Support-Level an. Aber, wenn man dann noch tiefer geht, sehen wir es dann noch ein bisschen mehr. Das schauen wir uns gleich an. Wir werden auch den Monatschart anschauen, liebe Damen und Herren, weil da wird es schon noch mal ein bisschen interessant. Also, wir haben noch einen Support bei 21,57 rum, die S1, wo aber auch mit dem 0,5er liegt. Da könnte man noch mal einen richtigen Bounce bekommen, sollte diese diagonale Linie scheitern. Diese diagonale Linie ist eine Trendlinie, die immer höhere Tiefs gebildet hat. Also, wenn wir jetzt hier runterkommen und dann wieder hoch, dann haben wir bestätigt, dass die Linie weitergeht. Wir hätten dann oben auch noch die Möglichkeit, hier in diese Range reinzutauchen. Das braucht natürlich Zeit. Das sind Weekly Candles. Eine Candle braucht eine Woche, nicht vergessen. Ja, und wenn die aber bricht, dann hätten wir hier dieses Target. Wir sollten nicht unter diese weisse Linie droppen, sonst würde meine Elliot Wave nicht aufgehen. Aktuell sieht es zumindest so aus, dass wir immer noch nach Plan fahren, dass wir dann Richtung 80 bis 100.000 Dollar oder 107.000 Dollar gehen können nach dem Halbnis. Also, plus, minus im Oktober dann kommendes Jahres. Das wäre ja auf jeden Fall noch mal möglich. Aber erst mal könnten wir noch fahren. Und jetzt kommen natürlich viele und sagen, ja, Moment mal, das wäre doch super für BlackRock. Denn wenn man den ETF-Antrag bewilligt bekommt, also A, bekommt es nicht nur BlackRock, da werden auch viele andere bekommen, und man fällt dann, den Preisfeld kaufen die natürlich zu einem sehr günstigen Preis ein. Und wenn sie nach oben kommt, sieht das natürlich nach einem megatollen Invest aus. Fakt ist, dass wir hier aktuell erst begonnen haben, hier unter Mitte langfristigen MICD uns bärisch zu crossen. Auch das Volumen, haben wir gerade gesprochen, ist enorm tief. Wir haben Binance, das aktuell enorm als Zielscheibe genutzt wird und immer wieder gerne darauf gefeuert wird, sei es mit FAT oder eben auch Daten und Fakten. Ich bin kein Fan von Binance. Tradet da, wo ihr euch natürlich wohl und sicher fühlt. Aber da, wo ihr euer Asset benötigt oder eben nicht benötigt, saft das auf eurem Ledger oder auf der Bitbox, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, untergeordnet, absolutes Worst-Case-Szenario liegt aktuell zwischen 8,7 und 7,7. So, das wäre das Worst-Case-Szenario bei Bitcoin. Das wäre natürlich ein Traum, würden wir da hinunterfallen. Das sieht aber aktuell nicht danach aus. Also, wir haben hier erstmal diese diagonale Linie, dann haben wir die 0,5, wo auch auf dem S1 steht. Wenn die bricht, dann tatsächlich hier hinein. Dann würde aber auch das Sending-Trangle nichtig werden. Da müssen wir dann schauen, wie wir dieses Chart-Bild neu justieren werden. Wenn man den Monthly Close anschaut, dann sehen wir auch hier eine Konsolidierungsphase. Also, wir sehen, dass wir hier den Rising Wedge bilden im Monats-Chart. Das haben wir ja in dem 4-Stunden-Chart ebenfalls auch schon, nur ein bisschen in kleinerer Version. Ja, und hier hätten wir aktuell eine interessante Linie zu sehen gerade. Sehe ich gerade hier. Das wäre aktuell so ein sehr gutes Support-Level, wo wir nochmal halten können. Also, hier auf diesem Bereich. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir gerade gewesen sind. Wir hatten hier ein Higher-Low, hier zum Higher-High, nachher nochmal runter. Können wir mal schauen, ob wir hier gegebenenfalls sogar 0,5er-Level finden. Ja, tatsächlich. Das 0,5er-Level liegt tatsächlich genau auf diesem Support. Also, das ist ein sehr positives Zeichen tatsächlich, selbst, wenn wir jetzt hier nochmal runterkommen, wäre eine Chance da, dass wir nochmal hier hoch manövrieren könnten. Achtung, das ist ein Monats-Chart. Also, eine Kändel ein Monat. Das bedeutet natürlich hier noch ein bisschen mehr. Wir sehen, die bärische Kraft hat da ein bisschen losgelassen in der Langfristgenehmenheit. Die kurzfristige korrigiert schon bereits wieder. Somit wäre aber da ebenfalls auch ein Ausbruch möglich. Um den Ausbruch herauszufinden, gehen wir zum Higher-High, zum Lower-Low und gehen zum nächsten Higher-High hoch. Und dann sehen wir, dass 0,707 ist bis bei diesen 8,777, da was wir vorher hatten, 3,5. Das ist schon eher unwahrscheinlich, ausser würde eine Immoblase platzen. Dann wäre es tatsächlich möglich. Dann wäre die Rezession unterschrieben und gestempelt. Dann können wir da auf jeden Fall drauf achten. Aber das wäre aktuell auf jeden Fall so ein Szenario, wo wir im Risk-Management berücksichtigen müssen. Ja, geht gar nicht anders. Wenn wir rausbrechen würden, dann kämen wir ziemlich genau auf dieses 0,5. Hier unten vom bärischen Szenario. Also auch hier könnte eine Ablehnung kommen. Haben wir also ein bisschen einen doppelten Schutz. Aber das wäre unser Risk-Management, nochmal 15'600 Dollar. Das muss auf jeden Fall nochmal berücksichtigt werden. Wenn man im Daily Chart Index schaut, der ist sehr wichtig für uns wegen den Gaps, dann haben wir jetzt ein neues Gap aufgemacht. Und zwar hier in dem Bereich zwischen 27,500 und 27,000. Also hier steht aktuell ein Gap, das weissrot ist, aus dem Abverkauf heraus entstanden ist. Somit wird es in der Regel auch wieder aufgekauft. Wir haben aber immer noch hier unten zwischen 21'000 und 20'000 noch ein Gap, das abgeholt werden sollte. Also so ein Move wäre gut. Oder wir würden sehen eine Ablehnung hier, also ein Retest bei der unteren Trendlinie. Dann geht es nach unten. Auch das wäre dann wieder möglich. Diese beiden Szenarien sind natürlich dran. Wenn man aktuell schaut, die JRSI hat Long-Einstiege schon signalisiert. Zum Akkumulieren, wir sehen kurzfristig, wie aber auch die langfristigen Meister, die Bären verlieren an Kraft im Daily Chart. Somit wäre es gegebenenfalls noch möglich, dass wir hier dieses Target erst abholen, bevor wir nach unten fallen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen aufpassen. Im 12-Tages-Chart, auch hier sehr wichtig, die Golden Zone ist eigentlich abgearbeitet. Die Golden Zone ist dieser Bereich hier. Hier in diesem Bereich werden immer wieder die Gewinne realisiert. Hier oben wird geshortet. Hier unten werden Long-Einstiege aufgebaut. Das ist im 12-Tages-Chart ganz wichtig für Langzeit-Prognosen oder eben auch Langzeit-Trades. Wenn man mal grosse Swings mitnehmen will, ist das natürlich ein schöner Swing gewesen hier. Wir sind hier eben auch abgelehnt und besser gesagt hier durchgebrochen bei diesem 0,5er, beim Widerstand hier abgelehnt. Dann sind wir hier bei diesem 0,5er hier nach unten durchgebrochen. Jetzt kommt so ein bisschen in dieser rote Zone-Bereich. Da fehlen noch zwei 12-Tages-Kerzen. Also ab 22.10. bis 22. September steigen wir hinein. Da kann es dann entweder zu einem Abverkauf kommen, Richtung eben 21,20, was wir jetzt in den vorherigen Charts gesehen haben. Oder wir schaffen es tatsächlich dann wieder hoch. Dann haben wir hier oben noch das bullische 0,5er. Wenn das abgelehnt wird, fahren wir noch mal tiefer, brechen wir durch. Dann hätten wir hier oben ein Target zwischen 37.000 bis 35.000 Dollar. Das wäre ja wirklich nur meines Erachtens, wenn der ETF bewilligt wird. Im 4-Stunden-Chart sieht es aktuell auch sehr interessant aus. Das kann ich wegnehmen hier. So, wir sind im ersten Blick in eine Seitwärtskonsolidierung eingetreten. Wir haben aber unser Target vom Rising Wedge bei 22.000 Dollar noch nicht erreicht. Ganz wichtig. Was wir aber gemacht haben, wir haben diesen grossen Abverkauf bereits schon ein bisschen bestätigt mit einem zweiten Rundkauf. Also ich nehme mal die weisse Linie raus, das ist nicht irritiert. Das Target haben wir ja hier unten. Also wir haben diesen Bereich hier, den wir noch mal anlaufen sollten. Das ist noch nicht passiert. Könnte jetzt aber passieren im Laufe vom heutigen Tag. Aktuell schrägen wir bei 25.990 Dollar. Also unterhalb der 26.000er Grenze. Wenn wir dieses Level abgeholt haben, dann müssen wir neu bewerten, neu anschauen, ob wir noch mal weiter fallen werden oder nicht. Aktuell ist es jedoch so, dass wenn wir im aktuellen Bereich Bärisch crossen hier, wenn die blaue Linie, die rote Linie crossen, dann ist es auf der unteren Seite, also hier auf der Bärischen Seite, somit wäre ein Abverkauf nicht ganz so stark. Aus diesem Grund bin ich da hier skeptisch. Es könnte sein, dass wir hier schon wieder stoppen. Wenn es jetzt hier oben ein Bärischer Cross gewesen wäre, wäre es ein bisschen anders. Aber wir sind mit der RSI hier auch plus minus im Mittelfeld. Somit hätten wir da schon noch mal Bewegung drin. Ich bleibe weiterhin bei diesem Plan. Ich werde weiterhin meine Long Trades jetzt schön akkumulieren, schön aufbauen mit Rebuys bis zu 15.400 Dollar runter. Sichert euch also hier ab. Ich möchte den nächsten grossen Zwingen mitnehmen. Wenn es ein ETF kommt, wird es natürlich interessant. Wenn nicht, dann kann es gut durchaus sein, dass wir uns zwischen 26.000 und 34.000 Dollar bewegen werden, bis Ende dieses Jahres, weil da einfach zu wenig Bewegung drin ist. Man darf das eine nicht vergessen, was ich anfangs gesagt habe. Die Wale bestimmen aktuell oder können den aktuellen Preis jederzeit verändern oder bestimmen mit kurzen Ab- und Zukäufen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Es ist kein Volumen im Markt. Aber ansonsten seid ihr jetzt informiert. Die wichtigsten News habt ihr. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Ich bin der Rau. Ich sage Tschüss aus der Schweiz. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.